Ok Nein, zu früh geblockt Ja, wieso blockt er denn nicht beide gleichzeitig? Den Fehler hatten wir beim letzten Mal auch schon nicht Ich verstehe das nicht Die stehen beide nebeneinander Aber er blockt nur einen Das wird bleiben, Batman Man wird besser liegen, ja Das hättest du nicht tun sollen, Batman Du bringst dich dazu, die großen Kaliber aufzubauen Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman Viel Glück Ok Mensch, Mensch, Mensch Okay, den muss ich nicht Titanangriff Boah, 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 boah… Jedesmal block ich für euch, ihr kleinen Wichser, ey. Wegen euch geht mein Kombo jedesmal down. Beziehungsweise wegen mir eher, weil ich ja scheiße drücke und ich stehe. Okay jetzt. Oracle, das können wir uns ganz gerne mal anschauen, weil die soll auch eine große Rolle spielen in Arkham Knight. Ist ja die Tochter von Commissioner Gordon. Gotham City's Police Commissioner James W. Gordon hatte seiner Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpft jahrelang an der Seite von Batman. All das von einem Ende als Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht im Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zu sein und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft mit einem städten Fluss von Informationen. Was eid-etisches, eid-etisches Gedächtnis, das können wir schon erinnern, kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Weitläufiges Hauptgottier im Uhrenturm von Gotham City, erstklassige Fähigkeiten im Umgang mit Computer und beim Hacken. Ja, wie gesagt, sie spielen eine gute, äh, eine große Rolle in den Dingens. So, ich glaube, ich musste das Ding dann durchwerfen oder sowas. Und das hier tun. Ah, sieht gut aus. Okay. 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 Muss ich da rein? Muss ich da rein? Das ist doch eher die Frage. Ich glaube nicht, dass ich hier rein muss. Oh, my God. Oh, my God. Wird trotzdem richtig. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein. Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Eisbike-Lounge. Damit ich dir nochmal in den Hinter treten kann. Genieß dein Bulleneis. Hier. Drüben. Bitte. Wie war denn das? Wie war denn das? Ich glaube, man konnte nicht aufs Eis, oder? Ging das? Bitte. Hilf mir. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein. Mir Zeit lassen. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und... Naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meinen kleinen Freund zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Tiny. Wer hätte gedacht, dass ein großer Fisch so nützlich sein könnte? Ich jedenfalls nicht. Ist wie ein beweglicher Müllschlucker, was immer ich auch mit Wetten werde, verschwinden. Pum. Pum. Problem gelöse. Wo muss ich denn hin überhaupt? Dorthin, wo er hereingegangen ist? Oder what the fuck? Ich muss alle retten. Stimmt ja. Ich muss ja erstmal alle retten. Ich bin noch dabei, Junge. Klingenducken ausschalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Verbessern wir das mal. Bleiben Sie vorerst hier. Kein Problem, Sir. Es sind noch mehr von uns hier. Wenn Sie noch leben, dann finde ich Sie. Bitte. Ich brauche Hilfe. Was willst du von mir? Ich hab dich doch schon gerettet, Junge. Oh, da müssen wir auch noch Leute retten. Alles klar. Auf geht's. So, die Rästle sind egal. Aber wieder so ein kleiner Scheiß-Pinguin. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Keine Sorge, Mr. Kabelkott. Wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Bettmann ist auf dem Weg. Und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. Ach, mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihnen mehr Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Sehr großzügig. Desto gut wie ein... Zuhören! Binguin will Batman lebend haben. Ich hab einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze! Nein, 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 nein. Oh, das war genau der Falschpunkt. Ja, genau der Falschpunkt. Oh, shit, 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 shit. Ei, 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 das tut weh. Wir müssen ihn finden, sofort! Was? Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Versucht ihr, mich zu verhalten? Findet ihn! Der Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Das tut weh. Hier ist jemand. Ich übernehme die Brücke. Aufwachen! Hörst du mich? Wach auf! Wie sagt er das? Ach, Halspaul, wir müssen weitersuchen. Sonst sind wir tot. Zeig dich, Feigling! Okay, das ist wohl ein bisschen zu. Ich habe hier einen tollen, einarmigen Söldner, der darauf wartet, runterzukommen, um euch zu zeigen, was mit Versagern geschieht. Soll ich so einen Kiffig aufmachen? Was bist du? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Keine Bewegung, keine Bewegung! What the fuck? Aha! Nein, hast du nicht! Ich habe ihn verloren! Hände die Schofar! Wo ist eine andere jetzt? Hä? Nur ihr könnt verhindern, dass ich sehr, sehr traurig werde. Und wenn ihr mich zum Weinen bringt, bringe ich euch zum Freien! Hab ihn verloren! Mann verletzt! Bäm! Was geschieht da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Ist auf den Anzug keine Spur von Freese? Ich bin mit dem Anzug von Freese! Ohne ihn überlebt, ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. Kannst du nur eine Kraft wissenschaftler hineinstecken? Fertig ist, Mr. Kühlboss! Hey, Batman! Jo? Ich habe gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann! Ich bin Tom, Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab ihre Akte gelesen. Hast du? Ich mein, natürlich, Sir! Koppelport hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Koppelport hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Jetzt geht das direkt wieder los, weißt du? Immer dieses Gequatsche von den Köppen, die eigentlich nichts können. Weißt du, warum lasst ihr euch denn gefangen nehmen? Ihr wart doch schon zu 10. Wenn ihr so krass seid, besiegt ihr auch 15, Leute, weil wir sind Batman, wir besiegen 2500 in einem Kampf. Ist auch easy going. Und das werde ich beim nächsten Mal auch wieder beweisen. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich habe wieder ein bisschen Spaß beim Let's Play. Und lasst gerne Feedback da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.